Verteidigen Sie Ihren Glauben in Ihrem Leben. Epheser 4, 1-6 So ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt eine den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu bahn die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Für die heutige Schriftlesung haben wir gerade Epheser 4, 1-6 gelesen. Der Apostel Paulus sagt hier in Epheser 4, 1 So ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig liebt, mit der ihr berufen seid. Zu der Zeit, als der Apostel Paulus dies schrieb, war er wegen der Verkündigung des Evangeliums im Gefängnis, und so können wir uns leicht vorstellen, wie betrübt sein Herz gewesen sein muss. Als Paulus ein freier Mann war, konnte er sich frei mit den Heiligen treffen und Gemeinschaft teilen, wie er wollte. Aber nun, da er eingesperrt war, konnte er nicht tun, was er tun wollte, und sein Herz sehnte sich noch mehr danach, das Evangelium zu predigen. Auch wir sollten das Evangelium aus Wasser und Geist teuer in unserem Herzen halten, während wir ihm immer noch dienen können. Doch ich sehe, dass einige von uns keinen solchen Eifer haben, und dies macht mich zutiefst traurig. Ich befürchte, dass, wenn die große Trübsal kommt, es bald nicht mehr möglich für uns sein wird, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Wenn diese Zeit kommt, weiß ich, dass wir es bedauern werden, dass wir jetzt dem Evangelium nicht so eifrig gedient haben, wie wir es hätten tun können. Obwohl unsere Hingabe und Eifer für das Evangelium viel größer sein werden als jetzt, wird es aber, wenn die Zeit der großen Trübsal kommt, zu spät sein. So wie der Apostel Paulus sagte, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Epheser 4 zu 1 Erkennend, dass der Herr uns berufen und gerettet hat, sollten wir ein Leben führen, das seiner Berufung würdig ist. Der Apostel Paulus ermahnte in Epheser 4 zu 2 zu wandeln, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Wenn wir in aller Demut vor Gott arbeiten, bedeutet das, dass wir uns ihm durch Glauben hingeben. Weil Gott uns aus der Macht der Finsternis berufen hat, seine eigenen Kinder zu werden, und uns sein Werk anvertraut hat, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass das Werk, das wir jetzt tun, Gottes kostbares Werk ist. Die den gerechten anvertrauten Aufgaben sind unterschiedlich. Jeder von uns hat eine verschiedene Rolle, um Gottes Werk auszuführen, und jeden unserer Arbeiter zu schätzen bedeutet, demütig zu sein. Bei Demut geht es nicht darum, uns nur äußerlich zu erniedrigen und vorzugeben, demütig zu sein, sondern darum, jeden Einzelnen zu schätzen, der dem Evangelium aus Wasser und Geist dient, und die Aufgabe, die jedem von uns übertragen wurde, treu auszuführen. So wie Gott uns befohlen hat, mit aller Demut und Sanftmut zu wandeln, ist es für uns unerlässlich, einander zu respektieren und füreinander zu sorgen. Wir sollten alle wertschätzen, die dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen, und aufrichtig anerkennen, dass es ohne ihre Arbeit für jeden von uns unmöglich wäre, dem Herrn zu dienen. Deshalb sollten wir alle einander auch jetzt wertschätzen und lieben. Paulus sprach neben geistlichen Themen auch oft über das Alltagsleben, und seine Schlüsselbotschaft an uns ist, einander mit aller Demut und Sanftmut zu behandeln. Kann es unter denen, die jetzt dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen, jemanden geben, der in Gottes Augen wertvoller ist? Nein, alle, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, ihren Glauben verteidigen und hart arbeiten, um das Evangelium zu verbreiten, sind in Gottes Augen wertvoll, unabhängig davon, wie hoch oder niedrig ihr Gemeindeamt sein mag. Es gibt niemanden, der wertvoller ist als diese Heiligen, wir alle, die der Gerechtigkeit Gottes dienen, sind seine geschätzten Arbeiter. Als Gott uns sagte, wir sollten in aller Demut und Sanftmut wandeln, lehrte er uns, einander zu schätzen. Bei wahrer Sanftmut geht es nicht darum, auf die Schwächen anderer zu sehen und sie zu beurteilen und zu verurteilen. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dafür zu würdigen, dass sie trotz ihrer vielen Schwächen so hart arbeiten, um dem Herrn zu dienen. Mit anderen Worten, Gott lehrt uns, die Schwächen des Anderen zu verstehen und Gemeinschaft frei und in Liebe miteinander zu teilen. Vom Gefängnis aus sagte der Apostel zu den Heiligen in der Gemeinde von Ephesus, wandelt mit aller Demut und Sanftmut. Wenn ihr wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, behandelt einander nicht schlecht. Die Arbeiter der Gerechtigkeit, die in Gottes Gemeinde bleiben, sind tatsächlich sehr sanftmütig. Aber es gibt eine bestimmte Ordnung in Gottes Gemeinde, die aus menschlicher Sicht möglicherweise schwer zu verstehen ist. Aufgrund dieser geistlichen Ordnung, die in Gottes Gemeinde ist, werden in der Gemeinde tatsächlich diejenigen, die schwach sind, ob körperlich oder geistlich, noch mehr respektiert. In Gottes Gemeinde wird den schwachen Heiligen mit vielen Mengen noch mehr von ihren Vorgängern des Glaubens gedient. Und es ist alles wegen dem Wort Gottes und dem Werk des Heiligen Geistes, dass diese zerbrechlichen Heiligen nun in Gottes Gemeinde beschützt und betreut werden. Selbst wenn sie zufällig die fleischlichen Schwächen eines Mitheiligen sehen und dieser Heilige für sie völlig wertlos erscheint, sollten sie die Augen haben, zu erkennen, wie wertvoll dieser Heilige in Gottes Augen ist. Diejenigen, die solch gesegnete Augen haben, sind gesegnet. Wir alle haben von Gott die Vergebung der Sünden erhalten, und wir alle sind einander unverzichtbar. Wenn sie die Wichtigkeit von Gottes Arbeitern und die Heiligen nicht schätzen und ihre Fehler nicht vergeben, dann werden sie sicher von Herrn zurechtgewiesen werden. Stellen sie sich vor, sie würden all die Heiligen vertreiben, indem sie sagen, dass sie keinen von ihnen brauchen, und dass sie Gott allein in diesem großen Gemeindegebäude anbitten würden. Sie müssen dann alles selbst erledigen, von der Reinigung des Gemeindegebäudes über das Anordnen der Blumen bis hin zur Verwaltung des Soundsystems und der Wartung der Heizungsanlage. Wenn sie all diese Dinge alleine erledigen würden, könnten sie sie nicht alle erledigen, selbst wenn sie den ganzen Tag damit verbringen würden. Daher ist es für uns absolut unerlässlich, zu erkennen, dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist nur dann verbreiten und Gott dienen können, wenn wir vereint sind. Wir sollten auch erkennen, was für ein Segen es ist, Mitarbeiter zu haben. Wenn sie ihre Mitheiligen betrachten, die Gottes Evangelium predigen und ihm dienen, sehen sie dann nicht, wie wertvoll sie sind? Es gibt keinen Grund, warum wir einander nicht demütig sein können, noch gibt es irgendetwas, was wir einander nicht vergeben könnten. All die Gerechten, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, müssen in der Lage sein, die Kostbarkeit des anderen anzuerkennen und einander zu schätzen. Deshalb forderte der hier uns auf, mit aller Demut und Sanftmut zu wandeln. Die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sind freundlich und sanftmütig, denn sie sind Gottes Volk. Obwohl die Gerechten ihre Gefühle manchmal zu vorschnell ausdrücken, wenn sie in ihrem Fleisch zornig werden, sind ihre Herzen zumindest sanftmütig vor Gott. Ob jung oder alt, es gibt niemanden, der kein Temperament oder Selbstachtung hat. Ebenso können selbst die Gerechten manchmal in ihrer Sturheit ziemlich auftrausend werden. Letztendlich sind sie jedoch alle dem Willen Gottes gehorsam. Sobald sie ihren Fehler erkennen, unterwerfen sie sich alle dem Wort Gottes und folgen ihm in Einheit. Natürlich ist unsere menschliche Natur von Grund auf böse, stur und gemein, aber das Volk Gottes behandelt sanft alle, die dem Herrn folgen und ihm dienen, insbesondere die Schwachen. Was jedoch diejenigen betrifft, die sich gegen das Evangelium stellen und es lästern, weit entfernt sie sanftmütig zu behandeln, verwandeln wir uns manchmal in wilde Löwen, um ihnen die Stirn zu bieten. Warum denken sie, schrieb der Apostel Paulus wohl aus dem Gefängnis an die Heiligen und ermahnte sie alle, in alle Demut und Sanftmut, zu wandeln, Epheser 4 zu 2. Denn es nur würdig und angemessen, jeden, der dem Evangelium in der Gemeinde dient, mit aller Demut und Freundlichkeit zu schätzen, die Schwächen des anderen mit unseren Glauben zu füllen, unsere Kräfte im Herrn zu bündeln, um Gutes zu tun, und seinem Evangelium zu dienen und es jeder Seele zu predigen. Wenn es jedoch jemanden in Gottes Gemeinde gibt, der sich seiner fleischlichen Stärke rühmt oder versucht, die Schwachen aus seiner Machtposition zu unterdrücken, dann sollten wir uns alle solchen Menschen entgegenstellen. Tatsächlich ist es in Gottes Gemeinde völlig unerheblich, wie gut sie gebildet sind oder wie hoch oder niedrig ihr sozialer Status ist. Gott verwendet jeden, der dem Wort Gottes durch Glauben gehorcht, als sein kostbares Werkzeug. Sobald sie in Gottes Gemeinde kommen, müssen sie ihre Mitteiligen in Christus schätzen, egal wie hoch ihr sozialer Status oder Gemeindeamt ist. Es gibt jedoch einige Leute in Gottes Gemeinde, die versuchen, über jeden zu herrschen, obwohl sie bisher noch nicht wiedergeboren wurden. Solche Leute sollten erkennen, wie lange wir die Gerechten schon Sünder ertragen. Bis zum heutigen Tag haben die Gerechten all ihre Bemühungen darauf verwendet, den Sündern das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Es liegt jedoch in der Natur eines jeden Sünders, zu versuchen, andere sowohl körperlich als auch geistlich zu zerstören. Anders ausgedrückt, es ist das Ziel jedes Sünders, andere zu versklaven und sie geistlich zu zerstören. So gibt es einen klaren Unterschied zwischen der Frucht der Wiedergeborenen und der Frucht derer, die nicht wiedergeboren wurden. Natürlich ist es wahr, dass selbst Wiedergeborene manchmal ihren fleischlichen Schwächen erliegen. Dennoch schätzen die Gerechten einander, behandeln einander freundlich und halten sich an die geistliche Ordnung. Die Gerechten wissen, wie man einander liebt. Wenn die Gerechten müde sind, trösten sie und ermutigen sich gegenseitig auf jede erdenkliche Weise, manchmal brechen sie gemeinsam das Brot und ein anderes Mal machen sie eine Teepause, und sobald ihre Kraft erneuert ist, kehren sie alle zu ihren jeweiligen Position zurück, um Gottes Werk auszuführen. Es gibt jedoch einige Leute, die von Zeit zu Zeit ohne Grund zornig werden und um sich schlagen. Aber selbst wenn dies geschieht, müssen wir immer noch suchen, einander zu verstehen, etwaige Missverständnisse beseitigen, die wir haben könnten, einander Fehler zugeben und uns miteinander in Christus versöhnen. Wann immer wir Schwächen in uns sehen, die wir zuvor nicht erkannten, sollten wir sie Gott zugeben, uns bei jedem entschuldigen, den wir möglicherweise verletzt haben, und den Fehler des anderen in Gottes Liebe ertragen. So sollten die Gerechten ihr Leben führen, denn es ist das grundlegende Fundament jedes Glaubensleben, dass wir alle eins werden und im gleichen Glauben an die Gerechtigkeit des Herrn vereint sind. Selbst unter den Gerechten gibt es einige, die führen, und einige, die folgen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jedes Schaf unbedingt dem Führer gehorcht. Tatsächlich gibt es in Gottes Gemeinde so viele Schafe, die so stur sind. Dennoch ertragen die Vorgänger des Glaubens geduldig schwächere Glieder, und sie geben auch ihre Fehler zu, wenn sie sie erkennen. Manchmal geben sogar die Schwächeren Heiligen ihre Fehler zu und demütigen ihr Herz, um die Führung ihrer Vorgänger des Glaubens anzunehmen. So kommen wir durch unseren gemeinsamen Glauben an unseren Herrn in einem Herzen zusammen. Sobald unser geistliches Glaubensleben reif ist, erkennen wir, die Gerechten, tatsächlich, wie wertvoll unsere Vorgänger des Glaubens sind, und gleichzeitig schätzen wir auch diejenigen, die in unseren Fußstapfen treten, um dem Evangelium durch Glauben fleißig zu dienen, obwohl sie die Vergebung der Sünden später als wir erhalten haben. Wenn wir auf diese Weise begreifen, wie wertvoll wir füreinander sind, können wir Gott in unserem Leben dienen. Es ist aus diesem Grund, dass der Apostel Paulus uns ermahnte, zu wandeln, in alle Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt eine den anderen in Liebe. Epheser 4 zu 2 Wenn wir also einander verstehen und einander in Gottes Liebe und mit Glauben umarmen, sind wir alle eins. Ich bin mir sicher, dass sie dies auch selbst erlebt haben. Der Herr hat uns geboten, unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu verteidigen. Epheser 4 zu 3 sagt, und sei darauf bedacht, zu bahnen die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Was verbindet uns miteinander, um unsere Einigkeit des Friedens zu bahnen? Was uns eins macht, ist die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes, durch die der hier uns von all unseren Sünden gerettet hat. Auf diese Weise sind wir in der Lage, unsere Erlösung, die in der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist vollendet wurde, zu bewahren, wahren Frieden zu empfangen und wahre Zufriedenheit zu genießen, alles durch Glauben. Wenn wir nicht das Evangelium aus Wasser und Geist hätten, dann wäre es für uns unmöglich gewesen, wahren Frieden zu genießen, nicht mit Langmut auszuharren, weder demütig noch sanftmütig zu sein, weit weniger einander zu lieben. Es ist alles, weil wir das Evangelium aus Wasser und Geist haben, das wir geduldig ertragen und all die Schwierigkeiten in unserem Leben tragen können. Es ist, weil der Herr all unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Darüber hinaus konnten wir als seine Gläubigen nicht nur Frieden in unseren Herzen empfangen, sondern auch seinen Frieden verbreiten, weil unser Herr alle unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Dank des von Gott gegebenen Friedens sind wir nun eins geworden. Der Apostel Paulus ermahnte uns alle, unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu verteidigen, und sagte in Epheser 4 zu 4 auch, Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Gibt es mehr als einen Leib Christi? Nein, es gibt nur einen Leib Christi. Der Leib Christi bezieht sich hier auf die Heiligen, die Gottesgemeinde bilden. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde Gottes, und als Glieder dieser Gemeinde sind wir der Leib Christi. Die Gemeinde Jesu Christi in ein Leib. Dank der Erlösung, die der Herr uns gebracht hat, sind wir alle eins geworden. Es gibt auch einen Geist, so wie Paulus sagte, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Epheser 4 zu 4 Jesus Christus hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet, und er hat jetzt unsere Herzen mit dem Heiligen Geist versiegelt. Mit anderen Worten, Gott hat mit dem Heiligen Geist jedes Herz versiegelt, das die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten hat, und der Heilige Geist wiederum lässt uns in einer Hoffnung lieben. Kurz gesagt, Gott hat uns gesegnet, vereint in einer Hoffnung zum Eingang in sein Reich zu sein. Paulus fuhr dann fort in Epheser 4, 5-6 zu sagen, dass es, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen, gibt. Es gibt tatsächlich nur einen Herrn, und dieser Herr hat uns von allen Sünden der Welt gerettet. Der eine und einzige Herr, der uns von all unseren Sünden gerettet hat, ist kein anderer als Jesus Christus. Wenn Jesus Christus uns nicht durch das mit seinem Wasser und Blut erfüllte Evangelium der Erlösung von all unseren Sünden gerettet hätte, dann hätten wir niemals von all unseren Sünden erlöst werden können. Deshalb gibt es, genau wie die Bibel sagt, einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. So wie es nur einen Herrn gibt, der uns gerettet hat, gibt es nur einen einzigen Glauben, durch den wir alle unsere Erlösung erlangt haben, denn wir glauben alle an denselben Herrn durch dasselbe Evangelium. Dieser Glauben wird von allen Heiligen, die in Gottes Gemeinde bleiben, geteilt. Es gibt auch nur eine Taufe, die Jesus für uns empfangen hat. Gibt es eine andere Taufe, die Jesus Christus empfing, um unsere Sünden zu tragen? Oder hat er unsere Sünden auf irgendeine andere Weise als durch seine Taufe auf sich genommen? Nein, es gab keinen anderen Weg als die Taufe, die der Herr von Johannes dem Täufer empfing. Es gibt daher nur eine Taufe, die all unsere Sünden abgewaschen hat. Und weil Jesus alle unsere Sünden trug, als er diese Taufe empfing, wurden alle unsere Sünden auf ihn übertragen. Haben Sie schon einmal ein Abflussrohr gereinigt? Während ich in der Stadt Schambon diente, verstopfte einmal der Abfluss des hinteren Vorbaus des Gemeindegebäudes und verursachte so viel Störung, dass ich einen Klempner rufen musste, um die Verstopfung zu beseitigen. Die Gemeinde befand sich auf der zweiten Etage des Gebäudes und im Stockwerk über der Gemeinde befand sich ein privates Institut. Dieses Institut hatte eine Menge von Abfällen durch das Abflussrohr geleitet, bis schließlich die Abwasserrohre verstopften. Die Störung war so schlimm, dass ich sie selbst nicht beheben konnte, und so musste ich einen Klempner hinzuziehen. Aber selbst der Klempner hatte Mühe, das System zu reinigen. Zuerst wollte mir der Klempner 30 Dollar für die Arbeit in Rechnung stellen, aber bald wollte er mehr Geld und beschwerte sich darüber, wie schlimm die Verstopfung sei. Also bot ich ihm 50 Dollar an, und der Abfluss war in weniger als eine Minute frei von Verstopfungen. Ich war sehr glücklich, als ich sah, dass der Abfluss nun völlig offen war. Wir müssen ständig auf das Wort des Evangeliums hören, das uns lehrt, dass Jesus alle unsere Sünden angenommen und sie alle weggenommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Wann immer wir dieses Wort über die Taufe hören, werden unsere Herzen völlig von Schlacke befreit, die uns blockiert. Ihr und mein Herz können dann frei Gemeinschaft teilen, so wie Wasser frei fließen kann, wenn eine verstopfte Rohrleitung frei wird. Wodurch können unsere Herzen Gemeinschaft teilen? Es ist durch unseren gemeinsamen Glauben an die Taufe Jesu, dass unsere Herzen miteinander kommunizieren können. Es ist, wenn wir einander sagen, dass alle unsere Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden, dass wir Gemeinschaft miteinander teilen und Auge in Auge liebevoll und friedlich sehen können. Und wir können das Evangelium auch allen predigen, deren Herzen immer noch verstopft sind, indem wir sie lehren, So wie alle meine Sünden auf Jesus übertragen wurden, wurden auch all deine Sünden auf den Herrn übertragen. Schließlich gehören auch deine Sünden zu den Sünden der Welt, und so kann dies nur bedeuten, dass auch deine Sünden auf Jesus übertragen wurden. Jede einzelne Sünde in dieser Welt, deine und meine gleichermaßen, wurden bereits auf den Herrn übertragen. Ihre Herzen werden dann frei werden und auch mit den Herzen aller anderem Wiedergeborenheiligen in einer heiligen Gemeinschaft kommunizieren, so wie die Bibel sagt, dass es gibt ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Epheser 4 zu 5. Was ist dann mit Gottes Gemeinde? Kann es mehr als eine geben? Nein, es kann nicht mehr als eine Gemeinde Gottes geben, genauso wie die Bibel sagt, dass es ein Leib, Epheser 4 zu 4, gibt. Dass es einen Herrn und einen Gott gibt, bedeutet, dass, da wir glauben, dass Jesus Christus im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters als unser Retter auf diese Erde kam, all unsere Sünden durch seine Taufe trug und am Kreuz an unserer Stelle starb, es nur einen Herrn und einen Gott für uns gibt. Obwohl die Menschen viele Götter in dieser Welt verehren, ist der göttliche Schöpfer, der das ganze Universum und seine Herrscharen erschaffen und uns gerettet hat, der einzig wahre Gott. Und wann immer wir sagen, dass dieser Gott unser Gott ist, basiert dies auf der Tatsache, dass er gut und voller Liebe ist. Die Bibel sagt auch, dass unser Gott ein Vater aller, Epheser 4 zu 6, ist. Wer hat alles in diesem Universum erschaffen, sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare? Es ist Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Gott der Vater ist daher über alles der absolute Schöpfer. Er ist nicht so niedrig wie wir, seine Geschöpfe, sondern er ist unser Schöpfer, der erhabener als alles ist, unser Retter und unser Gott, denn er ist es, der das ganze Universum und seine Herrscharen erschaffen hat. Paulus sagte auch in Epheser 4 zu 6, dass unser Gott, durch alle, ist. Als Gott das Universum und alle Dinge darin erschuf, war der Mensch nicht mehr als eine niedere Kreatur vor Gott. Auch sie und ich gehörten zu solche niederen Kreaturen, aber Gott der Vater hat uns eins mit sich selbst gemacht, indem er seinen Sohn auf diese Erde sandte und uns durch das Wasser und Blut dieses Sohnes rettete. Anders ausgedrückt, Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gesegnet, den Status seiner eigenen Söhne und Töchter zu haben. Wenn die Bibel sagt, dass Gott unser Vater ist über allen und durch alle und in allen, Epheser 4 zu 6, bedeutet es, dass Gott in den Herzen aller wohnt, die die Vergebung der Sünden empfangen haben. Einige Philosophen, die den Pantheismus vertreten, argumentieren, dass alles auf dieser Welt ein Gott sei, und behaupten, dass sogar Kehrmaschinen, Steine, der Mond, die Sonne und die Meere göttliche Kreaturen seien. Aber der Gott, der dieses Universum erfüllt und in ihrem und meinem Herzen wohnt, ist der einzig wahre Gott. Und dieser wahre Gott ist eins mit uns, so wie der Apostel Paulus sagte, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen, Epheser 4, 4 bis 6. Woher kamen wir? Wir kamen von Gott. Alle, die von Gott geboren sind, sind sein Volk. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die nicht genau gemäß seinem Werk der Erlösung an Gott glauben, nicht sein Volk, sondern seine Feinde als Diener des Teufels. Deshalb ermahnte uns der Apostel Paulus, seit darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, Epheser 4 zu 3. Was bedeutet es für uns, die Einigkeit des Geistes zu haben? Es bedeutet, dass wir ein Leib geworden sind. Durch Glauben, dass Jesus Christus getauft wurde, zum Tode gekreuzigt wurde und von den Toten auf dieser Erde auferstanden ist, um uns zu retten, haben wir die Vergebung unserer Sünden empfangen und Frieden kam in unsere Herzen. Es ist, weil wir an diese Wahrheit glauben, dass wir durch den Erlass all unserer Sünden Glieder der Gemeinde Gottes geworden sind. Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder seines Leibes. Wir sind eins mit Jesus Christus geworden. So wie jedes Teil und Organ zusammenkommt, um ein Leib zu bilden, von ihren Fingern bis zu ihren Ziehen, kooperieren wir als Glieder desselben Leibes miteinander, ergänzen uns und vereinen uns miteinander. Mit anderen Worten ist jeder von uns unverzichtbar für den anderen. Obwohl unser Bedürfnis nacheinander nicht einzig sein mag, fühlen wir uns dennoch extrem einsam, wenn wir einander nicht haben, und auch wenn wir uns manchmal untereinander streiten, brauchen wir einander dennoch. Wen brauchen wir? Wir brauchen jeden Einzelnen von uns. Wir alle brauchen einander. Jeder Einzelne von uns ist durch Glauben ein Leib geworden, denn wir alle schätzen den Herrn, unseren Retter. Kurz gesagt, wir brauchen einander. Der Apostel Paulus sprach über die Gemeinde, über die Art des Glaubens, den alle bewahren müssen, die durch den Erhalt der Vergebung der Sünden das Heil erlangt haben, und darüber, wie dieser Glaube verteidigt werden sollte. Dies ist ein extrem wichtiges Thema. Als der Apostel Paulus sagte, dass es gibt ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, Epheser 4, 5-6, lehrte er uns, dass wir durch unseren gemeinsamen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist 1 in diesem wahren Evangelium geworden sind. Wahrer Glaube kann in uns nicht entstehen, wenn wir an Jesus glauben, während wir die Taufe weglassen, die er von Johannes dem Täufer empfing. Der Apostel Paulus und alle anderen Apostel legten immer Zeugnis der Taufe Jesu Christi ab, wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist predigten, und ließen sie niemals weg. Trotzdem predigen jedoch unzählige Christen in dieser Zeit über Jesus, indes sie die Taufe auslassen, die der Heer von Johannes dem Täufer im Jordan erhielt. Sie mögen sehr wohl wissen, dass das Tor des Vorhofes der Stiftshütte aus blauem, rotem Purpur und Scharlachgarn und feingezwärntem Leinen gewirkt sein musste, 2, Mose 27, 16. Wäre es dann rechtmäßig gewesen, wenn Mose seine Handwerker angeordnet hätte, den Zugang nur mit rotem Purpur und Scharlachgarn und feingezwärntem Leinen zu wirken? Die gleiche Analogie lässt sich auf die heutigen Christen anwenden, die bekennen, an Jesus als ihren Erlöser zu glauben. Viele von ihnen glauben nicht an die Taufe Jesu als eines der zentralen Elemente, die das wahre Evangelium ausmachen. Der falsche Glaube dieser fehlgeleiteten Christen ist wie ein rechtswidriges Tor des Vorhofes der Stiftshütte, das nur mit Purpurnem und Scharlachgarn und feingezwärntem Leinen gewirkt ist. Gott wird solch einen falschen Glauben niederreißen, genauso wie er solch ein rechtswidriges Tor niederreißen würde. Die Bibel lehrt uns deutlich, dass der Herrschaftsbereich Gottes der Bereich der Erlösung ist, die er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat. Mit anderen Worten, der Herr hat uns klar gesagt, dass wir seine Taufe oder sein Blut am Kreuz niemals aus dem Werk der Erlösung weglassen sollten, das er für uns getan hat, um uns von all unseren Sünden zu erlösen. Dennoch glauben viele Christen noch nicht einmal, dass Jesus Gott selbst ist. All diese Menschen sind nicht mehr als religiöse Praktizierende. Religiöse Pluralisten behaupten, dass es mehr als einen Retter gibt, argumentierend, dass Jesus nicht der einzige Retter sei, sondern jeder ein Retter sein könne, von Buddha bis Konfuzius und Mohammed. Diese Leute lehren ihre Anhängern, erreicht Nirvana und werdet selbst ein Gott. Heiligt euch selbst, um eine gerechte Person zu werden. Aber diese religiösen Führer versuchen in Wirklichkeit, unsere Seelen unseres wahren Glaubens an Gott zu berauben, um uns zu zerstören. Sie sind nichts weiter als Räuber, wie könnten solche Lügner jemals jemanden retten? Diese sogenannten Weisen der Welt und ihre Anhänger sind allesamt nichts anderes als Diebe und Räuber. Unser Herr warnte uns vor diesen Räubern und sagte, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen, Johannes 10 Uhr und 10 Minuten. Kein religiöser Führer auf dieser Welt kann jemals jemand anderem ewiges Leben bringen, im Gegenteil, alle religiösen Führer lehren ihre Anhänger, ihre Erlösung durch ihre eigenen Anstrengungen zu erreichen. Diese Leute sind nicht die Prediger des wahren Erlösers. Im Gegensatz dazu hat unser Erlöser nicht nur das gesamte Universum und all seine Herrscharen erschaffen, sondern er selbst ist auf diese Erde gekommen, um uns zu seinem eigenen Volk zu machen. Er trug dann all die Sünden der Welt, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, vergoss sein Blut am Kreuz, ist von den Toten auferstanden und wurde dadurch unsere wahre Erlöser. Durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und das Blut, das er am Kreuz vergoss, hat Jesus unsere Erlösung von all unseren Sünden vollständig erfüllt und allen von uns, die an diese Wahrheit glauben, ewiges Leben und die Vergebung der Sünden gegeben. Er hat uns den Weg zur Erlösung bereitet, um unsere Befreiung durch Glauben zu erreichen. Als ich gerade das Geheimnis erwähnte, das im Tor des Vorhofes der Stiftshütte offenbart wurde, wurden wir von all unseren Sünden gerettet, indem wir die Wahrheit des blauen, roten Purpur und Scharlachgans und des feingezwirnten Leinens erkannten und an sie glaubten. Wenn wir versuchen, Segnungen von Gott zu erhalten, indem wir ihm unsere eigenen Leistungen oder Verdienste anbieten, werden wir mit Sicherheit von Gott gehasst werden. Jesus hat unsere Erlösung durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits vollständig erreicht, so dass wir von all unseren Sünden durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes gerettet werden können. Wenn wir vor diesem Hintergrund immer noch die Gerechtigkeit Gottes ignorieren und versuchen, mit unserer eigenen Gerechtigkeit in seine Gegenwart zu kommen, werden wir mit Sicherheit nicht gesegnet, sondern mit Sicherheit verflucht sein. Keiner von uns sollte sich jemals so arrogant verhalten wie kein. Unsere Erlösung erhalten wir nur durch unseren Glauben an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist. Dies ist der einzige Glaube, der von Gott anerkannt ist. Und auch wenn wir selbst voller Unzulänglichkeiten sind, verlangt der richtige Glaube von uns, dem Wort des Herrn im Gehorsam zu folgen und uns zu vereinen. Was ist mit ihnen dann? Wir glauben an Gott und das Evangelium aus Wasser und Geist. Um uns von all unseren Sünden zu retten, kam der Herr verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde, ließ sich taufen, starb am Kreuz und ist von den Toten auferstanden. Er hat dadurch alle von uns gerettet, die gemäß seinem Willen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Daher werden wir von all unseren Sünden gewaschen, indem wir glauben, dass der Herr sie alle ausgelöscht hat, indem er auf diese Erde gekommen ist, von Johannes dem Täufer getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Durch diesen Glauben sowohl an die Taufe des Herrn als auch sein Blut am Kreuz werden wir nicht nur von all unseren Sünden gewaschen, sondern auch von all ihrer Verurteilung befreit. Es kann kein anderes Evangelium als dieses Evangelium aus Wasser aus Geist geben, noch kann es irgendeine andere Erlösung geben als die, die durch Glauben an dieses wahre Evangelium erreicht wird. Vor einiger Zeit erhielt ich ein E-Mail von jemandem aus Costa Rica. Dieser Mann sagte in der E-Mail, dass er einen gewissen evangelischen Pastor kannte, der 1986 in sein Land gekommen war, um dort das Evangelium zu predigen, und dass die Lehren dieses Pastors fast identisch mit unseren waren. Dann gab er seine eigene Meinung preis und begann zu argumentieren, dass das von uns gepredigte Evangelium falsch sei. Er mag von einem der Evangelikalen gehört haben, der einfach sagt, dass man durch Glauben an Jesus gerecht gemacht wird, ohne wirklich genau zu erklären, wie der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Aber sie müssen hier erkennen, dass diese Evangelikalen nicht an die Taufe Jesu glauben und dass ihr Glaube auch oberflächlich ist. Übrigens war die Überzeugung des Costa Ricaner, dass Jesus die Sünden der Welt direkt nach seiner Verkreuzigung zu Tode trug, als Gott der Vater ihn drei Stunden lang verlassen hatte, während Finsternis hereinbrach. Natürlich ist die Überzeugung dieses Mannes völlig falsch, aber anstatt seine E-Mail zu ignorieren und zu löschen, habe ich beschlossen, sie als Instrument zur Bezeugung der Wahrheit aufzubewahren. Meine Glaubensgenossen, Gott verabscheut solche Menschen am meisten, die weder vollständig an seine Gerechtigkeit glauben noch vollständig und gläubig sind. So wie geschrieben steht, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, Offenbarung 3, 16, speit Gott solche Menschen aus. Wenn jemand sagt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist genauso richtig ist wie das Evangelium des Blutes am Kreuz allein, dann ist der Glaube dieser Person falsch und absurd. Wahrer Glaube kann niemals mehr als ein Evangelium haben, so wie die Bibel sagt, dass es ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, Epheser 4 zu 5, gibt. Warum hat der Apostel hier ausdrücklich gesagt, dass es eine Taufe gibt? Das liegt daran, weil alle unsere Sünden durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, auf Jesus übertragen wurden. Jesus konnte für uns am Kreuz sterben, weil er alle unsere Sünden im Jordan, dem Fluss des Todes, getragen hatte, indem er diese Taufe von Johannes dem Täufer empfing. Denn wenn Johannes der Täufer nicht alle Sünden dieser Welt durch seine Taufe an Jesus weitergegeben hätte, hätte es keinen Grund dafür gegeben, dass Jesus zu Tode gekreuzigt wurde. Wenn Jesus also nicht von Johannes dem Täufer getauft worden wäre, wäre sein Tod selbst völlig vergeblich und bedeutungslos gewesen. So wie sie kein Ergebnis erlangen können, wenn sie nicht zuerst den Prozess verstehen und durchlaufen, der erforderlich ist, um dieses Ergebnis zu erzielen, können die heutigen Christen niemals das Blut Jesus für sich relevant machen, solange sie die Taufe Jesu nicht kennen und sich weigern, sie anzuerkennen. Daher ist es für mich selbstverständlich, die Taufe Jesu so oft und so sehr zu betonen. Jesus nahm alle Sünden dieser Welt durch die Taufe durch Johannes den Täufer auf sich. Jesus trug alle unsere Sünden, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Er trug dann alle unsere Sünden ans Kreuz und wurde zu Tode gekreuzigt. Und jetzt, da Jesus von den Toten auferstanden ist, sitzt er zur Rechten des Gottvaters. So ist Jesus unser Retter geworden. Er ist unsere wahre Retter geworden und bezeugt unsere Erlösung, denn er lebt auch jetzt. Es war, um all unsere Sünden durch die Taufe zu tragen, dass Jesus auf diese Erde verkörpert im Fleisch des Menschen für unsere Rettung geboren wurde. Und weil Jesus tatsächlich zu diesem Zweck getauft wurde, zu dem er als Mensch geboren wurde, konnte er am Kreuz sterben, von den Toten auferstehen und nach dem Plan des Gottvaters unser Retter werden. Jesus hatte dieses Werk unserer Rettung zu tun geplant, lange bevor es tatsächlich ausgeführt wurde, und er setzte es gemäß seinem Plan um. Er hatte versprochen, als Same einer Frau auf diese Erde zu kommen, 2, Mose 3, 15, Jesaja 7, 14, und genau wie er es versprochen hatte, kam er tatsächlich durch eine Jungfrau namens Maria Mensch geworden auf diese Erde, trug alle Sünden der Welt, indem er sich taufen ließ, und vergoss sein Blut zum Tode am Kreuz. So wurde Gott selbst, genau wie er es uns versprochen hatte, von Johannes dem Täufer getauft, vergoss sein Blut zum Tode, ist von den Toten auferstanden und und lebt jetzt und für immer. Und weil Jesus auch jetzt lebt, ist alles, was er für uns getan hat, für immer real und wirksam, und er ist unser wahrer Retter geworden. So wie der Apostel Paulus sagte, dass es einen Herrn gibt, so gibt es für uns nur einen Retter. Deshalb konnte Jesus allein uns von all unseren Sünden retten. Gibt es dann irgendeine Sünde in ihren Herzen? Nein, es gibt überhaupt keine Sünde. Sind ihre Sünden dann verschwunden, weil sie einfach an das Blut Jesu am Kreuz geglaubt haben? Nein, alle ihre Sünden wurden durch Glauben sowohl an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, als auch an das Blut, das er am Kreuz vergoss, getilgt. Es war nur durch diesen Glauben, der an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz platziert ist, dass wir all unsere Sünden wegwaschen konnten. Selbst jetzt gibt es nur einen Glauben und ein Evangelium, die jeden von all seinen Sünden befreien können, nicht zwei, und dieses Evangelium ist kein anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Wie ist es dann bei Ihnen? Haben Sie das Evangelium aus Wasser und Geist, das Sie von all Ihren Sünden retten kann? Ist Ihr Glaube anders als unserer? Wenn sich Ihr Glaube von unserem unterscheidet, dann kann es nur bedeuten, dass Sie sich ohne den richtigen Glauben in die Gemeinde Gottes eingeschlichen haben. Welcher Glaube steht der Gerechtigkeit Gottes entgegen? Wer kann als jemand bezeichnet werden, der sich in Christus eingeschlichen hat? Es sind diejenigen, die an irgendetwas anderes glauben, anstatt nur an das Evangelium aus Wasser und Geist als ihre Erlösung zu glauben. Diese Menschen werden daher die Frucht der Zerstörung tragen, denn ihre Herzen bleiben mit Sünde. Gott gab uns einen freien Willen, als er uns schuf, und er hat es uns ermöglicht, unsere Erlösung durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu erreichen, damit, alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, Epheser 1, 10. Und indem der Herr uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist rettete, hat er uns zu Gottes eigenen Kindern gemacht. Dies ist der Glaube, der es uns ermöglicht, wirklich mit Gott vereint zu sein. Unser Herr sagte zu uns allen, es ist mein Wunsch, euch von all euren Sünden zu retten und euch zu meinen Kindern zu machen, damit ihr als meine Söhne und Töchter die Herrlichkeit des Himmels genießen könnt. Dies, meine Glaubensgenossen, ist der Plan Gottes und die ultimative Erfüllung seines Ziels. Der hier wohnt in den Herzen aller, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Für uns alle ist es absolut unerlässlich, an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz als unsere Rettung von all unseren Sünden zu glauben. Nur durch diesen gemeinsamen Glauben können wir Gemeinschaft miteinander teilen. Wir sollten niemals nur das Blut Jesu betonen oder hervorheben. Wenn irgendjemand in Gottes Gemeinde etwas anderes als diesen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist lehrt, müssen wir alle solche Menschen stoppen. Wenn sie trotz unserer Ermahnung an ihre fehlerhaften Überzeugungen festhalten, dann müssen wir unsere Beziehung zu ihnen abbrechen. Wenn solche Menschen jemals in Gottes Gemeinde gefunden werden, müssen wir sie entweder dazu bringen, genauso an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, wie wir es tun, oder sie andererseits bitten, Gottes Gemeinde zu verlassen. Es ist völlig angemessen, dass wir uns gegen jeden stellen, der nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Evangelium Gottes, glaubt. Wenn jemand nicht an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, obwohl der Herr uns durch dieses Evangelium gerettet hat, dann stellt sich diese Person mit ihrer Gerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit Gottes. Der Herr hat uns auch geboten, und seit darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, Epheser 4 zu 3. Wir können also nicht einfach tatenlos zusehen, wenn jemand in Gottes Gemeinde dieses Gebot nicht tatsächlich befolgt und stattdessen die Gläubigen traktiert und darauf besteht, dass er durch Glauben an Jesus irgendwie gerettet wurde. Wir sollten solche Wankelmütigen ausfindig machen und sie lehren, fest auf das Evangelium aus Wasser und Geist zu stehen. Wenn sie uns letztlich nicht gehorchen, müssen wir sie mutig von Gottes Gemeinde ausschließen, auch wenn unsere Herzen betrübt sein werden. Weil heutzutage so viele Menschen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen, wissen sie nicht einmal, wer gerettet ist und wer nicht. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, eine klare Grenzlinie des Glaubens mit dem Evangelium aus Wasser und Geist zu ziehen und allen zu bezeugen, dass Erlösung nur innerhalb dieser Grenze erreicht werden kann. Wer in diese von Gott gemachte Grenze der Erlösung kommen möchte, muss mit Glauben durch das Tor des Evangeliums aus Wasser und Geist gehen. Wer nicht durch dieses Tor kommt, ist nicht gerettet. Wir alle müssen an dieses von Gott festgelegte Gesetz glauben und es im Glauben praktizieren. Während wir unser Glaubensleben fortsetzen, ist es für uns auch notwendig, jedes Zeugnis der Erlösung und jede Glaubenserfahrung aufzuzeichnen, um zu prüfen, ob der Glaube wahr oder falsch ist. Es gibt einige Menschen, die unter uns weilen, obwohl sie weder eins mit uns geworden sind noch mit uns gemeinsamen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist teilen, und diese Menschen verbreiten so viel Bosheit. Wir haben viele solcher Menschen gesehen und mit ihnen zu tun gehabt. Deshalb ist es notwendig, ihre Zeugnisse zur Überprüfung aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Während wir nahezu alle fleischlichen Schwächen tolerieren und ertragen können, können wir niemanden übersehen, dessen Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist unklar und mehrdeutig ist. Für uns ist es absolut unerlässlich, all solche falschen Gläubigen zu lehren, fest an das wahre Evangelium zu glauben, oder ihr wahres Gesicht zu offenbaren. Nur dann können wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist mit Christus wandeln, ohne zu stolpern. Jeder in Gottes Gemeinde muss mit demselben Glauben an das wahre Evangelium leben, und daher kann jeder, deren Glaube nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist, nicht anders, als die Gerechtigkeit Gottes abzulehnen. Wenn es solche Menschen in Gottes Gemeinde gibt, die nicht an sein Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dann ist es das Richtige für uns, sie entweder aus Gottes Gemeinde zu vertreiben, oder sie dazu zu bringen, denselben Glauben wie unseren zu haben, egal wer sie sind. Wir sollten niemals jemand so leichtfertig tolerieren, der sich in Gottes Gemeinde eingeschlichen hat, ohne tatsächlich an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Im Gegenteil, wir sollten alles tun, um zu verhindern, dass solche Menschen in die Gemeinde Gottes kommen. Der Apostel Paulus ermahnte uns, sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, Epheser 4 zu 3. Was sollten wir laut Apostel Paulus wahren? Er sagte uns, unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu bewahren, nichts anderes. Gott lehrt uns hier, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und diesen unseren Glauben zu verteidigen. Einige von ihnen fragen sich dann vielleicht, wo hat der Apostel Paulus hier in dieser Passage gesagt, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verteidigen? Nirgendwo wird von Wasser oder der Taufe des Herrn gesprochen. Aber ich spreche nicht vom Evangelium aus Wasser und Geist hier gemäß meiner eigenen Interpretation, sondern ich spreche darüber, weil Gott selbst über dieses wahre Evangelium zu uns spricht. Ist das Evangelium aus Wasser und Geist in der Bibel zu finden? Ja, es steht überall in der Heiligen Schrift geschrieben. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist nicht einfach etwas, das ich auf die Art und Weise befürworte, die ich für richtig halte. Es ist nur, weil so viele Menschen geistlich blind sind, dass sie dieses wahre Evangelium nicht verstehen können, selbst wenn sie es sehen. Wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, sehen wir, dass sie von der Rechtsstaatlichkeit getragen wird. Ebenso gibt es auch in Gottes Gemeinde eindeutig Gottes Gesetz, das seine Gemeinde stützt. Da sich Gottes Gesetz außerdem von jedem von Menschen geschaffenen Rechtssystem unterscheidet, ist es für immer in Kraft. Obwohl Gott all unsere Schwächen duldet und sie geduldig erträgt, gibt es eine Sache, die Gott absolut nicht duldet. Diese ist, ein anderes Evangelium als das Evangelium aus Wasser und Geist anzunehmen. Wenn wir daher unseren Glauben an dieses Evangelium aus Wasser und Geist nicht verteidigen, das uns die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens gebracht hat, werden sowohl unsere Erlösung als auch unser Friede aus unseren Herzen verschwinden. Unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu verteidigen, ist Frieden in unseren Herzen zu behalten. Ich bin sicher, dass Sie alle wissen, was Frieden ist. Unser Herr hat uns Frieden gegeben, wie er uns versprochen hat. Und weil unser Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet hat, haben wir diesen wahren Frieden empfangen. Doch obwohl Gott uns Frieden gegeben hat, werden wir diesen Frieden verlieren, wenn wir scheitern, das Evangelium zu verteidigen. Sobald wir Frieden erhalten, ist es für uns absolut unerlässlich, diesen Frieden auch für immer zu verteidigen. Deshalb müssen wir, um diesen Frieden bis zum Ende zu wahren, Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Jeder, der in Gottes Gemeinde kommen möchte, muss zumindest diesen Glauben an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist haben. Nur solche Menschen des Glaubens werden als unsere Brüder und Schwestern anerkannt. Wie auch immer, egal wie einflussreich jemand ist, wenn diese Person nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, dann ist sie ein geistlicher Heide, der unweigerlich dazu bestimmt ist, in die Hölle geworfen zu werden. Wir sollten solche Menschen wie jeden anderen Heiden behandeln und sie als verlorene Schafe betrachten, denen wir das Evangelium mit Geduld und Langmut predigen müssen. Aber wenn diese Menschen jemals versuchen, über uns zu herrschen, obwohl sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sollten wir es niemals zulassen. Solche Menschen sollten alle ausgeschlossen werden und dürfen niemals zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern und Gottesdienern dem Evangelium dienen. Da Gott uns dies aufgetragen hat, müssen wir dies tun, nicht nur für sie und mich, sondern auch zum Wohle der Gemeinde Gottes. Wir sollten hier alle erkennen, dass jeder, der das Evangelium aus Wasser und Geist ablehnt, mit Sicherheit von Gott bestraft wird. Ich habe einmal eine TV-Dokumentation mit dem Titel, In den Fußspuren Christi, gesehen, die die Missionsweise des Paulus durch Kleinasien nach Mazedonien nachzeichnete, einschließlich der Regionen Ephesus und Philippi, die heute in der Türkei und in Griechenland liegen. Gibt es dort heute jemanden, der das Evangelium aus Wasser und Geist hat? Nein, es gibt niemanden. Warum ist dies geschehen? Es ist geschehen, weil, sobald die Apostel der frühen Gemeindezeit gestorben waren, das Evangelium aus Wasser und Geist nicht mehr von Gottesdiener bezeugt wurde und daher niemand verhindern konnte, dass es verfälscht wurde. Der Apostel Paulus ermahnte uns alle, dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, 2. Timotheus 1, 14. Hier bezeichnet Paulus das Evangelium aus Wasser und Geist als, dieses kostbare Gut, anstatt es direkt zu erwähnen. Der Herr forderte uns auch auf, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens zu bahnen, und dies bezieht sich auch auf das Evangelium aus Wasser und Geist. Die Bibel ist das Wort Gottes, aufgezeichnet von den von ihm ausgewählten und vom Heiligen Geist inspirierten Aposteln. Daher ist die Bibel nicht nur unbezahlbar als eine literarische und historische Aufzeichnung, sondern sie ist auch als das Wort der Wahrheit, das der Seele den richtigen Glauben gibt, absolut makellos. Selbst die berühmtesten Schriftsteller und Dichter dieser Welt können dem wunderbaren Wort Gottes, das in der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist, niemals auch nur annähernd nahe kommen. Die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist hat uns eins gemacht und uns ermöglicht, durch Glauben zu leben, und wir alle müssen an diese wunderbare und unbezahlbare Wahrheit glauben. Heutzutage stößt man oft auf Filme, die das Leben Jesu darstellen, aber die meisten dieser Filme enden mit einer vorhersehbaren Lektion, in der die Tugend gepriesen und die Bosheit verurteilt wird. Dabei wird die Vorstellung propagiert, dass jeder, der an Gott glaubt, gesegnet ist, während jeder, der nicht glaubt, verflucht ist. Aber wer könnte durch das Anschauen eines solchen Films jemals die Vergebung der Sünden empfangen? Es wäre so toll gewesen, wenn mindestens einer dieser Filme einen genaueren und umfassenderen Bericht über die Taufe Jesu bereitgestellt und erklärt hätte, was Jesus meinte, als er zu Johannes dem Täufer sagte, es ist für mich passend, von dir getauft zu werden, um alle Sünden anzunehmen und alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Menschen hätten dann allein durch das Anschauen dieses einen Films die Vergebung der Sünden erhalten können. Es gibt eine Passage in Sprüche, die sagt, die Habe des Reichen ist seine feste Stadt, aber das Verderben der Geringen ist ihre Armut, Sprüche 10 Uhr und 15 Minuten. Menschen glauben nicht an das, was die Armen sagen, egal wie lautstark sie sind. Aber wenn jemandes Worte von konkreten materiellen Vorteilen begleitet werden, werden diese Worte leicht angenommen. Deshalb geben wir unsere Bücher kostenlos an Menschen auf der ganzen Welt weiter, um unsere Liebe mit ihnen zu teilen und das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Und so können diese Menschen auf der ganzen Welt die Vergebung ihrer Sünden erhalten, indem sie einfach eines unserer Bücher über das Evangelium lesen. Für uns alle ist es absolut unerlässlich, nicht nur dieses Werk der Verbreitung des Evangeliums fortzusetzen, sondern auch unseren Glauben bis zum Ende zu verteidigen. Wir müssen diesen Glauben bis zum Ende unter allen Umständen verteidigen, weil die Krone des Sieges nur denen verliehen wird, die so tun. Auch wenn sie das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt haben, wenn sie ihren eigenen Glauben verlieren, dann haben sie ihren Frieden verloren, wenn sie diesen Frieden verloren haben, dann haben sie ihr Leben verloren, und wenn sie ihr Leben verloren haben, dann haben sie nichts, als in Richtung Flüche zu schauen. Daher ist es für sie äußerst wichtig, ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist bis zum Ende zu verteidigen. Sie und ich müssen erkennen, wie kostbar und wunderbar das Evangelium aus Wasser und Geist ist, und wir alle müssen unseren Glauben an dieses Evangelium verteidigen. Ich möchte auch hier hinzufügen, dass ich sie alle liebe. Es gibt niemanden, den ich nicht liebe. Ich liebe nicht nur sie, die hier direkt vor meinen Augen versammelt sind, sondern alle unsere Amtsdiener und Heiligen in Gottes Gemeinde auf der ganzen Welt und sogar diejenigen, die außerhalb der Gemeinde stehen. Gerade weil wir all diese verlorenen Seelen lieben, liegen sie uns so am Herzen und sind manchmal so frustriert über ihre Sturheit. Damit wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist bis zum Ende verteidigen können, müssen wir mit all diesen ungläubigen Erbarmen haben und sie als die bemitleidenswerten Seelen betrachten, die dringend darauf angewiesen sind, dass wir ihnen das Evangelium predigen. Gleichzeitig brauchen wir auch den Glauben, der uns helfen kann, jedem standzuhalten, der sich mit einem falschen Evangelium in die Gemeinde Gottes geschlichen hat. Glauben Sie unerschütterlich, dass es einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe gibt, so wie es uns der Apostel Paulus hier in der heutigen Schriftpassage gelehrt hat? Tatsächlich glauben wir alle hier versammelten daran, denn wir glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Wir müssen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und diesen Glauben bis zum Ende der Welt verteidigen. Wir haben heute einige Zeit damit verbracht, über den Glauben nachzusinnen, den Paulus uns gelehrt hat. Aus der heutigen Schriftlesung konnten wir deutlich erkennen, dass der Apostel Paulus nichts anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist predigte. Das Evangelium aus Wasser und Geist verkündet die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz. Auf der Grundlage dieses Evangeliums des Wassers und des Geistes predigt der Apostel Paulus das Wort Gottes. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit der Erlösung, die Jesus uns persönlich gegeben hat. Jesus selbst sagte, dass niemand das Reich Gottes sehen schon gar nicht hineinkommen kann, wenn er nicht aus Wasser und Geist geboren wurde, Johannes 3 zu 5. So ist das Evangelium aus Wasser und Geist, das der Herr uns gelehrt hat, unbestreitbar aus dem Wort Gottes. Wie könnte also jemand behaupten, die Vergebung der Sünden erhalten zu haben, ohne überhaupt an dieses echte Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben? Wenn wir davon ausgehen, dass es rund 1,5 Milliarden Christen auf der Welt gibt, glauben jetzt mehr als 14 999 90.000 von ihnen an Jesus, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Und da diese fehlgeleiteten Christen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, wurden sie nicht wirklich von ihren Sünden gerettet. Ich sage dies nicht, weil unsere Versammlung irgendwie wählerisch ist, sondern nur, weil Gott selbst verfügt hat, dass man nur in sein Reich kommen kann, wenn man aus Wasser und Geist geboren ist, und ich wende dieses Gesetz der Erlösung nur auf die heutigen Christen an. Nur wenn wir das Gesetz der Erlösung tatsächlich konkret anwenden, können wir wirklich diejenigen unterscheiden, die wirklich gerettet wurden, von so vielen Namenschristen, die nur den Namen des Herrn anrufen und bekennen, an Jesus zu glauben, ohne wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Denn der Herr selbst sagte, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, Matthäus 22 Uhr und 14 Minuten. Dies bedeutet, dass zwar jeder an Jesus glauben kann, aber nicht jeder tatsächlich die Erlösung erlangen kann, indem er seinen Namen anruft. In wen hat Gott uns auserwählt? Er hat uns in Jesus Christus auserwählt. Wie hat Jesus Christus uns von allen unseren Sünden gerettet? Er hat uns durch sein Wasser und Blut gerettet. Ist es dann richtig zu sagen, dass Jesus die Sünden der Welt kurz vor seinem Tod am Kreuz getragen hat, als Finsternis sich herabgesenkt hatte und Jesus für drei Stunden verlassen war, wie der Mann aus Costa Rica in seiner E-Mail argumentierte, von dem ich Ihnen in einer früheren Predigt erzählt habe? Nein, dies ist überhaupt nicht richtig. Wenn Sie immer noch nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dann bitte ich Sie, jetzt mit ganzem Herzen an dieses Evangelium zu glauben. Sie können Frieden in diesem wahren Evangelium genießen, nur wenn Sie daran glauben, es verteidigen und es bis zum Ende predigen, egal was geschieht. Auch wenn viele Menschen es nicht erkennen, hat dieses Evangelium uns allen tatsächlich wahren Frieden gebracht. Wie hätten wir jemals diesen Frieden ohne das Evangelium aus Wasser und Geist erlangen können? Hätten wir jemals anderswo Frieden als in diesem Evangelium Frieden finden können? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, Sie sollten hier klar erkennen, dass Sie, wenn Sie dieses Evangelium ignorieren und scheitern, es zu bewahren, dann nicht nur Ihren Frieden verlieren, sondern auch mit Sicherheit verflucht werden. Wenn wir nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben oder wenn wir scheitern, dieses Evangelium bis zum Ende zu bewahren, selbst nachdem wir es geglaubt haben, dann werden wir alle sicher dem ewigen Tod gegenüberstehen. Deshalb sollten wir niemals zulassen, wenn wir jemand in unserer Gemeinde sehen, der einen anderen Glauben vertritt als den, der an das Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist. Wir müssen dies zum Wohle für jeden Einzelnen von uns tun, damit keiner von uns jemals zugrunde geht, sondern wir müssen unseren wahren Glauben bis zum Ende verteidigen. Es ist, weil wir selbst unseren Frieden verlieren und sicher zugrunde gehen würden, wenn wir solch treulosen Menschen in Gottes Gemeinde tolerieren würden. Was würde geschehen, wenn jemand hier stehen und jetzt sagen würde, die Taufe Jesu ist nicht so wichtig, da es nur durch den Tod am Kreuz ist, dass er uns vollkommen gerettet hat? Würde es nicht unseren Frieden erschüttern? Natürlich würde es. Wie wir alle wissen, ist es, weil Jesus zuerst getauft wurde, dass er auch sein Blut am Kreuz vergießen konnte. Wenn wir also solche Menschen tolerieren, die aus schierer Unwissenheit über das Evangelium aus Wasser und Geist Unsinn reden, dann werden dadurch unzählige Menschen damit enden, in Zerstörung zu fallen. Die Konsequenzen dieses Tolerierens sind so vorhersehbar und verheerend, wie die Konsequenzen, die sie gegenüberstehen würden, wenn sie weiter trinken und rauchen würden, ohne sich zu sorgen, dass es sie tötet. Meine Glaubensgenossen, ich kann nicht genug betonen, wie absolut wichtig es ist, dass sie den Glauben verteidigen, den sie jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Sie müssen ihre Glauben für niemand anderen als für ihr eigenes Wohl verteidigen. Auf diese Weise können sie anderen Seelen helfen und so auch der Gerechtigkeit Gottes dienen. Daher ist es für sie absolut unerlässlich, den richtigen Glauben zu bewahren, den sie jetzt haben, was eine andere Art zu sagen ist, dass sie ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist verteidigen müssen. Wenn sie stattdessen auf das Evangelium aus Wasser und Geist herabschauen, das sie jetzt haben, so wie Esau sein Erstgeburtsrecht für bloß eine Schüssel Linsensuppe verkauft hat, dann werden sie am Ende auch alle Segnungen Gottes verlieren. Würden sie dann wie Esau sagen, da ich der erste Sohn und der älteste Bruder bin, ist es in meinem Geburtsrecht, den gesamten Reichtum meines Vaters zu erben? Aber ich werde alles aufgeben, wenn du mir eine Schüssel Linsensuppe gibst. Als Esau von der Jagd zurückkehrte, war er so hungrig, dass er nur noch an Essen denken konnte, und als er nach Hause kam, sah er seinen kleinen Bruder Jakob Linsensuppe kochen. Esau stürzte sich darauf wie ein ausgehungertes Tier, verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob für nur eine Schüssel Linsensuppe, verschlang die Suppe und schickte sein eigenes Erstgeburtsrecht in den Abfluss. Ich bin sicher, dass sie alle wissen, was danach geschah. Dadurch verlor Esau all seine Segnungen an Jakob. So wie Esau verflucht wurde, weil er sein Erstgeburtsrecht verachtete, werden auch sie nichts als jeden Fluch von Gott erhalten, wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist verachten und es am Ende aufgeben. Weil wir an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können wir alle Segnungen des Vaters und all seine Macht erben, und wir können auch Glauben erben. Angesichts dieser Tatsache, wie töricht würde es sein, wenn wir unsere Geburtsrecht nur für eine Schüssel Linsensuppe verkaufen würden? Deshalb können wir niemals das Evangelium aus Wasser und Geist aufgeben, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, nur weil uns jemand mit weltlichen Werten in Versuchung führt. Und deshalb predigen wir dieses Evangelium auch jetzt und lehnen alle gesellschaftlichen Werte als bloßen Dreck ab, so wie es der Apostel Paulus getan hatte. Und wir werden den kostbaren Schatz, den wir in unseren Herzen haben, niemals aufgeben. Wir sind dabei, noch einmal eine Umstrukturierung durchzuführen und einige Änderungen vorzunehmen, aber ungeachtet dieser Änderungen werden wir weiterhin dem Evangelium unter allen Umständen dienen. Wir müssen unseres Bestes tun, um die Verantwortung zu erfüllen, die der Herr uns anvertraut hat, und um dies zu tun, müssen wir uns durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist miteinander vereinen. Wir können es uns daher nicht leisten, jemanden zu dulden, der die Heiligen Gottes zum Stolpern bringt, indem er ihnen etwas anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist lehrt. Wenn es solche Leute unter uns gibt, dann müssen wir öffentlich ihren Trugschluss für jeden sichtbar aufzeigen, um zu verhindern, dass das wahre Evangelium verderbt wird. Die Wahrheit kann nicht gestoppt werden, selbst wenn jemand versucht, mich zum Schweigen zu zwingen. Unabhängig davon, was mir geschieht, wird unsere Versammlung weiterhin unaufhörlich das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Deshalb bin ich entschlossen, alles, was falsch und trügerisch ist, noch lauter anzubreunern. So wie eine noch größere Flamme des Evangeliums in der Gemeinde von Jerusalem entzündet wurde, nachdem Jakobus gematert wurde, glaube ich, dass, wenn wir Problemen und Leiden gegenüberstehen, unser Glaube noch mehr gestärkt werden wird und das Evangelium noch wunderbarer wirkt. Lassen Sie uns also alle Gott danken, das Evangelium aus Wasser und Geist bis zum Ende verteidigen und das Werk des Evangeliums vereint durch unseren gemeinsamen Glauben treu ausführen.